Grüß euch und servus miteinander, wir sind euer Vox Club! Wir fühlen uns wirklich sehr, sehr geehrt, am 12.12. wieder bei der wunderbaren José Carreras Gala in Leipzig dabei sein zu dürfen. Das Ganze findet ab 20.15 Uhr auf dem MDR statt. Genau, ihr müsst unbedingt einschalten, weil wir können von unserem neuen Album, Wieder Da Home, auch einen ganz exklusiven neuen Titel vorstellen. Die Gala ist bekannt, es geht natürlich um eine wichtige Sache, es geht um die Krankheit Leukämie, was uns allen gar nicht passt, dass es die gibt. Und darum ist auch José Carreras super cool, dass er das macht. Wir sind Paten auch von dieser Stiftung. Leukämie muss heilbar werden, immer und für jeden. Das Wichtigste, schaltet ein und ruft ganz, ganz viel an und spendet auch ganz viel, das wäre uns ein großes Anliegen für diese gute Sache. Und in diesem Sinne, ciao, euer Vox Club!